Kollege Schwinsackl hat jetzt gerade gesagt, die Senioren können sich auf die ÖVP verlassen. Wenn man sich auf die ÖVP verlässt, dann ist man verloren in dem Land. So schaut es nämlich aus als Senior. Eure Wertschätzung, eure Wertschätzung von Schwarz und Grün, eure schwarz-grüne Wertschätzung den Senioren, den Pensionisten gegenüber, sieht man schon alleine an der Abschaffung der Hackler-Regelung. Da haben Menschen 45 Jahre vollgearbeitet, sind Nettobeitragszahler gewesen. Das ist eure Wertschätzung den Senioren gegenüber. Ihnen das Weiße aus den Augen rauszuholen. 5,8 Prozent werden die Senioren abgespeist. Über 10 Prozent haben wir auch Inflation. Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr über 15 und 20 Prozent Inflation haben. Wer weiß es? Wer weiß es? Auf jeden Fall. Schämt euch, schämt euch und nehmt nie mehr gegenüber den Senioren Wertschätzung in den Mund. Danke.